Um ehrlich zu sein, als jünger Reporter bin ich momentan verwirrt. Ich habe Mittwoch Hollande und Merkel reden gehört und sie beide haben beschrieben, Aleppo sei für sie ein Kriegsverbrechen, Mosul hingegen nicht. Kennen Sie sich da in der Sachlage aus? Wie ist Ihre Beurteilung von den beiden verschiedenen Szenarien? Ja, die Situation muss in Aleppo unter humanitären Gesichtspunkten so schnell es geht beendet werden. Denn das ist menschliches Leid, mit dem wir es zu tun haben. Im Zusammenhang mit allen damit verbundenen rechtlichen Fragen will ich nur darauf aufmerksam machen, dass das ein Konflikt ist, der durch die völkerrechtswidrigen Aktivitäten der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs erst losgetreten worden ist. Von Saudi-Arabien und anderen will ich ja in dem Zusammenhang schweigen. Wenn man einer Lösung interessiert ist und daran, dass das Töten ein Ende findet, sollte man nicht verkennen, wie die Ursache dieses Konfliktes ist. Und der Konflikt muss beendet werden. Wie ist der Konflikt entstanden? Wir haben ja vor fünf Jahren eine Situation gehabt, dass unmittelbar eine Verständigung zwischen Israel und Syrien anstand, über die Rückgabe der Golanhöhen an Syrien. Das ist im angelsächsischen, französischen Interesse, ist das nicht zustande gekommen. Man hat, um das zu verhindern, den Krieg in Syrien losgetreten. Und wir sehen ja in diesen Wochen, dass es offenkundig eine Macht gibt, die auch schon Erfolge eingeheimst hat, wenn man da von Erfolgen reden kann. Das israelische Kabinett hat auf den Golanhöhen getagt und gesagt, das ist es auf ewig israelisch. Also vor diesem Hintergrund ist das eine Entwicklung, die man sehen muss, wie sie ist. Das mit der Golanhöhen ist doch eine ganz klare Annexion, oder nicht? Ja, wir haben es ja in diesem Teil der Welt in der Tat damit zu tun, dass unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten Dinge laufen, die eigentlich nirgendwo anders auf der Welt vermittelt werden können. Es hat aus meiner Sicht keinen Sinn, sich jetzt im Einzelnen von Europa aus in diese Dinge zu verkämpfen. Aber wenn man an dem Schicksal und an dem Leid der Menschen interessiert ist, gibt es nur einen Weg. Gute Dienste aus Europa und gute Dienste aus Berlin. Alles andere verlängert nur das Elend und das Leid. Muss Assad an der Macht bleiben? Das ist ein amerikanisches Prinzip, das wir seit 1864 unter Eroberung von Atlanta im amerikanischen Bürgerkrieg kennen. Es wird, um einen Konflikt zu ermöglichen, der Staatschef wie mit einem Christbaum beim Bombenangriff angeleuchtet und dann werden niedrigste menschliche Instinkte mobilisiert, um politische Ziele durchzubekommen. Und vor diesem Hintergrund ist die Forderung nach Assad weg ein rein politisches Ziel, um das amerikanische Geschäftsmodell global beizubehalten. Im Zusammenhang mit der NATO sprechen Sie mit einem Aggressionsbündnis. Und können Sie das genauer erklären? Die NATO ist ja als Verteidigungsbündnis 1949 gegründet worden. Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitte der 50er Jahre diesem Verteidigungsbündnis mit streng limitierten geografischen Grenzen und einer direkten Ankopplung der Charta der Vereinten Nationen an den NATO-Vertrag oder umgekehrt gegründet worden. Und Deutschland ist dem beigetreten. Wir sind einem Verteidigungsbündnis beigetreten, das ohne die Charta der Vereinten Nationen nicht erklärt werden kann. Wir sind heute global im amerikanischen Interesse als Aggressionsbündnis unterwegs und stehen in diesem Charakter an den russischen Grenzen. Das ist die Wirklichkeit. Zum Thema Osterweiterung. Wurde da gelogen damals? Es wurde jedenfalls nicht die Wahrheit gesagt. Es wurden nicht die deutschen nationalen Interessen auf den Tisch gelegt. Und die Bundesregierung hat sich zu meinem großen Leidwesen damit einverstanden erklärt, dass der NATO-Vertrag ins Gegenteil verkehrt worden ist. Insoweit ist das ein Konstrukt, das jedenfalls die Rechtmäßigkeit nicht auf seiner Seite hat. Es ist ein Konstrukt, das jedenfalls die Zeit mit der NATO-Vertrag ins Gegenteil verkehrt worden ist. Jetzt nehmen die NATO-Vertrag im Rahmen der NATO-Vertrag im Rahmen der NATO-Vertrag. Es wird noch ein wenig Verkehr mit der NATO-Vertrag. Dann nehmen Sie das Verkehr mit der NATO-Vertrag im Rahmen der NATO-Vertrag. Es wird noch hosted in diesem Projekt verkehrt, Es wird bei den NATO-Vertrag im Rahmen der NATO-Vertrag. Untertitelung des ZDF, 2020